ja moin und willkommen zu neuen video von mir heute gibt es einmal in assassin guide im discord wurde auch schon danach gefragt und ich dachte mir hey wieso nicht kann ich auch gleich ein guide dafür raushauen für die die es interessiert ich finde ich müsste mal ein bisschen mehr handtrap guides machen für die leute die vielleicht nicht jedes matchup kennen und nicht wissen hey wo handtrap ich ich denke da sind die ganz brauchbar für wir haben heute marinsessin am start für die die vielleicht noch diamond 1 machen wollen im event ich glaube ich mache da kein diamond 1 mehr ich bin jetzt diamond 3 zwei siege zu diamond 2 ich bin kurz davor aber egal interessiert mich jetzt nicht wirklich wenn ich ehrlich bin der rahmen ist zwar kurz aber dass sie mir die nerven nicht wert auf jeden fall wir haben hier ein paar handtraps drin die gut sind gegen marinsessin wailer ogre ash blossom spukhaus und nibiru mit im perm zusammen sind gute handtraps gegen das deck zum beispiel wenn wir hier zum beispiel ja kampfozean nehmen da bietet sich dann halt auch wirklich gut eine geister ogre und schneehase an weil wird ein bisschen schwierig dann für marinsessin da dann weiter zu spielen oder das monster uneffektet ist es kann natürlich noch uneffektet sein wenn sie trap aktivieren von der hand aber in den meisten fällen spielen ja auch nur eine und das tut ihnen dann schon ganz schön weh wenn ihr die dann mit einer geister ogre schießt für die korallen anemone kann man auch sehr gut die geister ogre nehmen weil die wählt für kosten monster im friedhof und special dann in der zone auf dass sie zeigt ja wenn ihr die vorher ogert dann kommt auch die specials haben wir nicht zusammen das heißt ihr schießt dann das link zweier plus quasi noch das monster im friedhof was nicht gespecialt wird das heißt ihr macht da schon einiges richtig und auf jeden fall das ist ein sehr sehr gutes ogre target weil dann habt ihr erstmal das link zweier weg und dann müssen die halt auch wieder sehen okay was mache ich danach wie extend ich weiter wir haben noch einen schwall magier drin oder besser gesagt marinsessin hat noch einen schwall magier drin den kann man ganz gut mit ghost bell ein bisschen zurückhalten dann geht ihr dann die specials haben was denen auch schon sehr sehr wehtun kann und ja dann haben wir hier noch marinsessin meeresengel da searchen sie sich meistens hier den ozean wenn ihr die dann wailert impermt oder halt ashblossom dann kommt kein ozean zustande oder halt die extend nicht weiter mit der zauberkarte die sie haben oder die fallen karte wird nicht gesearcht wobei die searcht nur zauberkarten aber die search halt diese andere wo man vom deck specialen kann oder vom friedhof oder halt auch wie gesagt diesen kampferozean deswegen ist das auch ein sehr sehr gutes target für wie gesagt ash imperm oder wailer und ich würde auch sagen nibiru halt eine sehr gute handtrap wenn ihr denkt okay jetzt wird schwierig für den weiter zu extenden prügel dir einfach nibiru aufs board müsst ihr halt wirklich gucken dass die nicht irgendwie schon kampferozean hat und das monster ist gelinkt mit dem kristall da müsst ihr wirklich aufpassen weil dann bringt er denn nibiru nichts aber so alles in allem war es das eigentlich auch schon ist jetzt kein langes video war ein kurzer handtrap guide weil eigentlich ist das deck schon schwierig zu stoppen die können dann auch der dritte turn von marinsessin das dann auch sehr 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 stark weil die halt auch immer wieder recyceln können und die hauen dann schon ekelhaftes board aufs fällt was man dann meistens nicht mehr brechen kann sie selbst spielen halt auch viele handtraps und da müsst ihr halt dann wirklich gucken was dann für eure situation am besten ist und wie gesagt die handtraps was ich hier vorgeschlagen habe funktionieren in den situationen die ich euch eben aufgelistet habe funktionieren die eigentlich sehr gut aber wie gesagt da muss man manchmal auch wirklich abwägen manches halt auch wirklich sehr situationsbedingt ich bedanke mich auf jeden fall fürs zusehen ich hoffe ich habe euch ein bisschen geholfen dann sage ich ciao bis zum nächsten mal tschüss